Das ist ganz wichtig. Es ist ja in den nächsten zehn Jahren der grösste Anlass sogar der ganzen Schweiz. Also wir dürfen das mit stolz sagen, dass das eine grosse Bedeutung hat für die ganze Schweiz. Und von dem her, es ist, wie gesagt, es ist der Glaube an eine Zukunft, weil es geht letzten Endes auch um die Wirtschaft, also sich weiterentwickeln als gesamte Region, vor allem jetzt in den herausfordernden Zeiten des Schweizer Tourismus. Es geht darum, dass man investieren kann, dass man auch Investoren finden kann und das eben leichter als natürlich ohne so einen grossen Anlass, weil man den Glauben hat mit dem grossen Anlass. Und es geht darum, zu kollaborieren und zu kooperieren miteinander, dass man das noch stärker tut und ich bin überzeugt, wenn man das untereinander herbringt, in dem O-Bringen, dass wir für die Zukunft ganz gut gewusst sind. Dann freuen wir uns auf die Zukunft. Ja, genau. Ich danke euch. Danke vielmals.